Herzlich Willkommen zu einem neuen R-Test. Heute gibt es wieder mal was zu trinken und es gibt ja wirklich merkwürdige Dinge. Zum Beispiel, dass man Kakao in einer Dose kaufen kann. Es gibt also Kakao aus der Dose. Ja, und das ist Schokomell. So heißt das Produkt. Ein Original wird uns auch noch mitgeteilt und es ist schlicht und einfach ein Schokoladengetränk. Tja, was ist drin? Vollmilch, fettarme Milch, Zucker, Molkenerzeugnis, Kakao, 1,7 Prozent immerhin. Stabilisator, besteht aus Johannesbrot, Kernmehl und Karagen. Kommt aus Heilbronn von der Friesland Campina Germany GmbH. Das ist, glaube ich, auch schon wieder so ein großer Zusammenschluss. Friesland und Campina und Campin haben ja auch wiederum andere, naja, was soll man sagen. Es ist, wie man sieht, wahnsinnig viel Zucker drin. Also das ist jetzt scheinbar gesund, aber naja, 11,8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und ich kann sagen, das ist viel mehr als in einer Cola. Also das ist eigentlich zuckermäßig problematischer als eine Cola. So, 250 Milliliter ist das. 99 Cent, gerade bei Kaufland Noraniburg bezahlt, plus 25 Cent Pfand. So, man soll es gut schütteln. Dann machen wir das doch mal, damit wahrscheinlich die Schokomilch so ein bisschen schaumig ist. Naja, es ist ja keine Schokomilch, es ist ein Schokoladengetränk. So, ja, super. Gleich mal ein bisschen gespritzt. Gleich mal sehen wir es auf die Hose. Ja, und die man ja auch dann hier, es ist schaumig. Braucht man jetzt auch nicht zeigen, es ist ja wie der übliche Kakao. Ja, es ist natürlich sehr süß, schmeckt aber relativ, also schmeckt so eine schöne, ganz angedeutete Bitternis von dem Kakao. Aber wirklich nur sehr angedeutet. Ja, und könnte tatsächlich ein bisschen weniger süß sein. So im Großen und Ganzen. Aber ansonsten, ich glaube, wenn man es gut kühlt, ist es noch einen Ticken besser. Dennoch erschließt sich mir nicht, warum man das jetzt in Dosen verkaufen muss. Das kann man auch in so ein kleines, schönes Fläschchen oder... Also ich finde Milch, so eine Milch ist jetzt unbedingt nicht zwingend... Also es ist ja auch nicht erfrischend. Man hat ja sofort einen leicht klebrigen Gaumen. Also es ist jetzt weder eine Erfrischung, es ist auch kein Durstlöscher. Es ist eigentlich tatsächlich, muss man ja sagen, es ist eine Süßigkeit. Ja, aber eine ganz leckere. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.